Jeeey! Aber das hat's nicht gesagt. Tschüssi! Wo sind die Monde auf dem Boden? Mio, wo bist du? Mio, Mio! Mio! Komm, ich zeig dir jetzt alles. Ja, das hab ich doch erwartet. Ich weiß gar nicht, was ist. Hier ist ein Waschbecken. Hier kochen wir nur Cracker. Hier später sitzt du Snopfer. Ja, ich koche. Gerne, gehen wir so rein. Geist. Das mal haben wir den Tisch von draußen gefunden. Ähm, ja, das müssen wir so alles gucken. Also ich glaub, ehrlich gesagt, dass manche Spaßzeits auch einfach rotieren müssen. Ja, ich penne auch nicht hier. Ja, es wird sich halt alles hier nach schlafen. Meine Woche ohne Schlaf, ne? Klingt doch nice. Saufett! Endlich Wochenende! Wuh! 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 Schau mal. Ja, du bist super stark. Ja, du bist super stark. Ist das meine Mischung? Deine? Das geht wahrscheinlich für ein bisschen egal. Aber wär ja 100 Euro über so eine normale Miete, oder? Was heißt 100 Euro über normal? Ja, ich hab' heute schon eine Idee. Ich hab' heute schon eine Idee, ich hab' das Döse jetzt bekommen. Ich glaub' da muss man auch nicht mehr viel verzerren. Also ich glaub' man muss schon noch was verzerren, ja? Ja, aber das ist ja kein Problem. Ja. Ja. Auf jeden Fall macht man das. Und wenn mich dann den Anschlag stört... Genau, dann kannst du ihm auch hier für eine eigene steuern. Ach, er nimmt auf! Wie geil! Ja, das geht los! Junge, wie geil! Ja, das geht los! Junge, wie geil! Junge, wie geil! Mal nur Flaschen! Weiße Asche! Mache Chili! Ich bin den Brüdern, alles nirglig! Seine Leute! Alle Taschen! Ein Liga-Wisse-Meister! Du sei Sam! Ja! Wir haben nur gespeckt! Ja! 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 Schick! Schick! Mann, Tom! Was war das? Nein, das! Und deswegen, Kinder spielen wir nicht im Haus! Ja! Mio! 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 Boah, ich schwöre, man kann hier Video drehen, wie du einfach nur Boden putzt! Heute geben wir mal keine Shoutouts! Jo, da ist jetzt fast die Kamera weg, Digga! Wir sind hier nicht im Bootcamp! Mach doch mal den kleinen Finger hoch, du Schwanz! Zack! Zack! Komm doch! Guck mal, sowas mache ich mit sowas! Mit links! Hier! Da unten! Da unten! Da unten! Nicht mein Kopf! Mein Knie! Jo! 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 Why not a Kie. god? which is awful? Ich weiß. Leckere Dose. K zu dem A. Lass es uns eure Formen. Das sind keine Formen, oder? Ja, war schon so ein bisschen Freestyle, aber können wir machen. Zum Eisklopfen. Was sind die Karten? Ich bin am Jahre 10. Wir rappen wie dem Oma. Also wie Motorola. Doch du tätst nicht kippen a碍. Jetzt lächst dich hin zu. الأm. Aber wir ändern uns sein Lungen. Team Kaution bezahlen. Das ist hier drin, oder was? Bin wieder Sau. Da und der Ton aus. Haber gleich wieder Ghana. Da oben, der Ufa. Ich wanker. Bin wieder Sau. Ich dachte ich höre so hafft, wenn der Track da hilft, dass man heute das Bies Ach, das Bies, das Bies Ja wir müssen jetzt hören, ja und die Jungs Oh, du weißt ja auch, Black Bulletproof denn dann gibt's du Also wir sind jetzt auch noch gar nicht viel hattet in der Sonne Ey, das ist die zweite Auffnahme, das ist ja safe Das weiß ich, das ist ja So kann ich eh ein 2.11 Recon Ja, kann man sein Wobei, ja wir haben ja auch die von drüben noch Updates, Digga Ja Paul und ich haben auch so einen abwechslungsgleichen Track Also wir switchen alle vier Bars Oh, geil, Digga Ich würde so gerne Headbang, Leute Aber ich hatte eine große Probleme 1 Euro 2 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 Euro 2, 2, 3 Euro 3 Euro Was? Yo Ich erzähl dir wie wir spielen Einer zieht, einer betelt Leider geht es manchmal schief Also reden wir nicht über Themen, die jeder mal sieht Also reden wir nicht über Themen, die jeder mal denkt Ich verballer, ich geh raus mit den Jungs Super duper fresh Gang Gang Ich schließe den Kahn im Raum CSC so wie es muss Muss aber sich abschmecken Das ist nicht so hoch Weißt du? Ja Kann Geht aber Ja Ja Ey Mio, ich sag mal drauf Mio Wir machen Künstler Wir machen Kunst Ich will mich nicht festbingen auf ein Genre Wir machen alles Wir sprengen die Genrefenzen, Alter Kannst das nicht in eine Schublade stecken Warnst du noch nicht? Scheiß mal auf Genres Das spielt bei uns keine Rolle Wir machen einfach mal ein Vibe Wir machen einfach mal ein Vibe Ich kann es verstehen Ja Ich bin immer wieder 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 Ja 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 Was ist denn der Budget da rein zu Aschenkriegen? Aschen glaube ich nicht da. Da ist sowieso ein Meister drin. Grafikkarte, da kommt Leistung, Grafikleistung raus. Aber das Mainboard hat auch eine interne. Ja, der Grund, warum ich ihn wecken wollte, war nur damit ich mit seinem gehackten Programm arbeiten kann. Aber, wie hast du gesehen? Oh ja, das ist da drin. Und es schmeckt, riecht hier alles nach Hennessy. Und es schmeckt alles nach Hennessy, wie geil wir haben. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Bei uns ist es nicht so leicht. Teil constituierte Eigentlich ist es nicht so leicht jetztayed, Aber ohne 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 converting. Wie 다른 kannst du inflammationen? Wut, mal holen, weiter. Was ist wieder offen? Hat er das hier drin geschehen? Nee, was? Lustig. Jonas hat gesagt, er will eine Marsel. Und dann so. Ah nee, hier sitzen. Ja, ich hab noch Bier. Ich hab noch Bier. Das war, ne? Das ist dritte Trainingschino, wir können so für dich Ich habe noch ein bisschen verbraucht. Der Mix ist jetzt gerade mehr auf die höhere Angefährstelle durch das Gefühl. Antonio, was sagst du zu dem Part? Mach mal in der Haube. Hier in die Idee. Dein Impuls war ja auch eher ein bisschen mehr Lateback. Mein Impuls war erst mal die neue Version runterladen. Hör mal, hör mal hier, hör mal hier. Hör mal wie der Hammer. Ja hör mal wie Hammer hier ein bisschen. Ah doch vorne. Ja mein Impuls, mein Impuls. Balletback. Ey, 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 ey. Zwölf von mir, sag ich's wie ein paar. Komm ich rein, trip, you will and blow. DJ Tips, die wir gehen noch. Zwei, vier, sie, wir sind ein bisschen für ne Kappen. Toni, für ne B.O. & Punch. Hör zu Präsentieren, Kinos. SS, doch nicht für Programmiro. CSM's, denn SSC Season. No. Woah. Woah. Also, Toni, was sagst du? Low Stimme eher? Am Ende? Ja, Toni, mach. Ja, Toni, mach. CSM's? Ja, ich hab ja auch keinen Konzertshaus, aber CSM's ist auch Programmier-Sprache. Ja, normal. Frontend. Deswegen, ich wollte. Ich wollte auch besser Konzertshaus. CSM's, ne? Wir müssen mal ne große Mario-Runde hinbekommen. Mehr als vier geht nicht. Äh, das linke. Ne, ich hab den Schaum erstmal abschäumen lassen. Was? Ich sag, Arthur, ich würde dich nominieren, weil, unter anderem, noch eine andere Person kannst du dir gar nicht dividieren, aber bei Auftritten dann zum Beispiel so, es glaube ich, es zu machen und so. Also nicht bei Auftritten, sondern so im Behind-the-Scenes-Votage quasi, weil du halt nicht im Aufbau von, oder im Anschließen von Technik und sowas am Start hast. Ja, okay. Ich nominiere dich zur Einstellung. Das ist mein Sprocket-Challenge. Es ist trotzdem kann auch jeder nur fünf Sekunden vor. Genau. Genau. Das kann ich dann wieder machen. Aber dass da trotzdem diese eine feste... Auch richtig original mit dem Kugelschreiber. Du hättest zum Beispiel mich aufnehmen können, wo ich das am Aufbau war, aber keiner mitgekommen. Ja, wo ist die Maschine aufgebaut? Bro. Bro. Wenn du nicht aufpassen. Ja, deswegen sagst du mir Bro! Deswegen sagst du ja, du brauchst keinen Nassrasierer. Bro! You wanted me to kill me? Am I bleeding? Ja, ja. Ja, ja, ja. Verdammt. You're bleeding cold. Seine Haar juckt nicht, Mann. Ich jetzt? Wie viel? Falsch sein. Was darf ich für das? Zitat. F ist ein Wack am Steve. Oha! Ich lieb so auf euch so, pflege nur hier so ganz friedlich am Pennen. Und im Hintergrund... Ah! Entschuldigung. So, als nächstes mal sagst du einfach... Ciao! Leg dich auf die Seiche! Dann mach ich das, den wir heute eigentlich noch einkaufen. Ja. Ich muss noch ne Liste schreiben. Waschmittel. Kaffee. Fuchs. Siehst du! Du bist wach. Wie geht's jetzt mal so? Wie geht's super? Ich würd mir gern noch ein bisschen dösen. Wie? M-döse ich da vorne? Wie lange waren die noch wach? Um kurz nach vier waren wir im Bett. Kaffee. PING! NICHT! Warte! 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 Oh mein Gott, guck mal Mio und den ganze Zeit! Kaffee. Warte! Oh mein Gott, guck mal Mio und den ganze Zeit! Bro! Komm zurück! Oh! Oh, noch ein zweites Bier, Bro. Was? Der erste ist doch nicht. Nein! Meter lang, deswegen... Deswegen, wenn man... Also, das wäre schon irgendwie eine Banger-Aktion, wenn wir den einmal ganz voll machen. Jetzt mal holen. Einfach das Collective. Einfach direkt mit der Zirrhose. Tod sein Collective. Allein, dass Paul da gerade noch am lolzocken ist im Hintergrund. Kleller! Ja, nein! Das geht nicht aus! Soll einfach Pentekees machen? Hexer-Klees sein. Hexer. Hexer? Äh, 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 der tropft! Du schluckst die Pente da. Sind Pente? Oh mein Gott! Der Light-Wall-Break. Ohohoho! Hexer! Geht das jetzt besser? Sind solche Arzen bei Gott, ich lieb's aber doll. Arzen! Arzen! Warst du im Liegen? Warst du im Liegen? Warst du im Liegen? Warst du im Liegen? Sollte man denken. Aber... Es sind eigentlich ein Gefühl nur dunkle Sachen. Und Tom hat gerade noch ein paar Helle reingestopft. Was hast du gerade gemacht? Eigentlich hat Ravi gemacht. Ich hab nur einmal den Pusse angefasst, damit es so aussieht, als hätte ich auch platt. Wir haben TikTok exportiert. TikTok. Vom ersten am zweiten Tag. Am vierten Tag haben wir oben. Aber was habt ihr da drüben gemacht? Wäsche. Und was habt ihr da gemacht? Ja, wir haben dunkle und helle Wäsche zusammengetan, weil Tom keine Geduld hat. Tom, Statement dazu? Ähm, ich bin ja der Experte für Waschen und so weiter, das hab ich ja gelernt. Wir waschen ja bei 30 Grad mit 1200 Umdrehungen. Da passiert nichts, egal. Alles rein. Die Wäsche wird einfach nur gut riechen und schnell trocknen. Okay. Das war gut! Du wolltest gerade meine Tonik ... Oh, da mach ich die halt. Aber Henry, Henry, da ist noch was übrig. Ja, das ist leckig, aber es ist sauber. Oh, einen noch. Warte, ich muss kurz... Boah, das läuft den Rachen runter. Henry, mach doch mal einen, es ist sauber. Ja, das war gut. Den Rest darf ich nur auflecken. Dicke Anna sitzt im Boot. Dicke Anna, safe. Wer ist das? Oh mein Gott. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Mio. Oh mein Gott, Mio. Bro, das ist dicke Anna. Die dicke Anna, Anna sitzt im Boot. Safe, das ist genau die Stimmlage. Echt nicht? Das war so eh nicht. Der ist auch schon rein. Der ist schon gut. Wo ist der Kontrolle? Dicke, will mich Mio eigentlich ficken? Danke. Was ist das? Vielen Dank.